Zur Kräftigung und Aktivierung der tiefen Nackenmuskulatur im Stand nehmen wir ein Terrabant, wickeln dieses oder setzen dieses leicht flächig hinten am Hinterkopf an, halten die Hände nach vorne, bis ein leichter Zug auf das Terrabant entsteht. Möglichst sollte das Terrabant horizontal nach vorne verlaufen. Als nächstes schieben wir den Kopf leicht nach hinten gegen das Terrabant. Dabei sollte der Kopf nicht in den Nacken gelegt werden, sondern das Gesicht zeigt weiterhin nach vorne. Wir schauen nach vorne, schieben den Kopf nach vorne und wieder zurück. Das Ganze kann auch hinten kurze Zeit statisch gehalten werden. Die Hände bewegen sich nicht, sondern nur der Kopf spannt das Terrabant leicht.